Meine Lieben, momentan gibt es für uns nur wenige Möglichkeiten, unsere eigenen vier Wände zu verlassen, wenige Gründe, nach draußen zu gehen. Einer dieser Gründe ist es, sich zu erholen. Immer wieder hat man in letzter Zeit auch gehört, dass man aus diesem Grund in eine Kirche gehen kann, um dort persönlich zu beten. Tatsächlich, es ist eine Erinnerung für uns Christen, dass das Gebet, die Begegnung mit dem Herrn, für uns eine Zeit der Erholung sein soll. Mir ist dazu der Psalm 23 eingefallen, in dem es heißt, dass der Herr uns auf grüne Augen führt, zu einem Ruheplatz am Wasser. So sollen wir jedes Mal, wenn wir mit ihm im Gespräch waren, nicht traurig oder erschöpft oder gar verbittert fortgehen, sondern gestärkt und erholt. Eine Möglichkeit, bei ihm zur Ruhe zu kommen, ist die eucharistische Anbietung. Wir haben bei uns in Maria Fatima immer wieder Gelegenheiten dazu. Heute Nacht, von Donnerstag auf Freitag oder sonst täglich von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr am Nachmittag, nutzt diese Gelegenheit, zum Herrn zu kommen.